Dieser Sommer passiert ganz oben. Es geht wieder los. Rooftop. München feiert exklusiv die Rooftop-Party. Diesmal auf der Dachterrasse des Karre Kraftwerk im Münchner Süden. Cocktails bei Sonnenuntergang. Sommerliche Sounds live vor Ort gemixt von DJ Enrico Ostendorf. Eine einmalige Location mit fantastischem Blick über unsere Stadt. Rooftop. Im Karre Kraftwerk, Drigalski Allee 25. Noch drei Wochen. Tickets und Infos auf charivari.de 95.5 Charivari. München Zitradio.